Wunder gibt es immer wieder. Viele Menschen fragen, was ist Schulterrand? Warum kommt das Glück nicht zu mir? Fangen mit dem Leben viel zu wenig an. Dabei steht das Glück schon vor der Tür. Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Viele Menschen suchen jeden Tag aufs Neu. Jemand, der sein Herz ihnen gibt. Und wenn sie schon glauben, er kommt nie vorbei. Finden sie den einen, der sie liebt. Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Wunder gibt es immer wieder. 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 Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Genau! Untertitelung des ZDF, 2020